Digga, wir können den Raum hier anlocken. Holy Moly, was ist das denn für ein Room? Hä? Den kennen wir ja noch gar nicht. Ich mach die Tür zu. Ja, hier ist eine Tonbandaufnahme. Oh, ein neues Update. Sehr gut. Hallöchen, Kindchen, ich bin's. Was guckst du mich so dumm an? Ja, mein Kleiner, wir haben heute richtig viel Spaß. Oh, ein Ofen. Moin, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Baby in Yellow. Mit einem Update und dem heutigen Release auf Android, Leute. Der Download-Link ist in meiner Instagram-Bio, also schaut gerne auf Instagram vorbei. Der Link ist direkt unten in der Videobeschreibung. Gleich als erstes schaut auf Instagram-Profi vorbei. Vielleicht habt ihr ja noch Bock, ein Follow dazulassen. Falls ihr das Game nämlich auch zucken wollt, jetzt hat der Entwickler euch die Möglichkeit gegeben, dieses Game zu spielen. Und dieses Baby in diesen Fernseher reinzuwerfen. Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Lasst gleich mal diese Folge da. Fetter. Digga. Ja, der Bart ist aber auch belastend, ne? Fetter, kurz geht raus und wir sehen uns drin. Also, ich habe schon einen Tipp gekriegt vom Entwickler. Es gibt einen neuen Raum, habt ihr möglicherweise ja schon im Thumbnail gesehen. Der hier, ne? Der hat mich letztes Mal schon bei Baby Leary ist ein bisschen getriggert. Äh, Zimmer sieht ja erstmal ganz entspannt aus. Ja, wir gucken mal. Oh, das Mobile ist da. Naja, machen wir mal zu den Arlen. Ne, wir gucken mal. Äh, okay. Also, mein Kleiner, alles klar bei dir? Oh. Na, Mensch, mein Bester. Du hast ja einen schönen neuen Pullover. Wo hast du den denn her? Kann ich den in die Lampe reinstecken? Hehehe. Leute, Alter, was geht ab, Mann? Der Typ ist am Abzappeln. Oh, nee, ne? Okay, okay, ja, ja. Also, eigentlich müssen wir erstmal nur die Flaschen holen. Ich packe dich mal auf dem Herd. Wir gucken mal, wie das nachher währt hier so mit dem Herd, ne? Das wird bestimmt ganz, ganz spannend. So. Oh. Habt ihr das gerade gesehen? Holy Moly. Komm mal mit, mein Bester. Ich setze dich mal kurz auf den Tisch. Alles klar, Leute. Da ist mir doch der absolute Mega-Kluge gekommen. Du willst was trinken? Ich mach dir einen Bottle-Flip, mein Bester. Let's go. Oh. Fast. Leute, noch einen. Komm, mein Bester. Gönn dir einen Bottle-Flip. Oh. Okay, okay. Moment. Ich muss all meine Kraft zusammennehmen. Der Bottle-Flip des Lebens für diesen kleinen Pisser ist was. Ja. Ey, das zählt. Das zählt oder was? Easy. Guck mal hier, mein Kleiner. Ja. Wer ist hier der Bottle-Flip-Meister? Baby-Sitter des Jahres. So, nimm den. Hehehe. Ja, der findet meine große Nase gut, ne? Sag mal, was hast du da für ein Pflaster am Bein? Leute, ich hab... Ich hab Barthaare in meinem Mund jetzt drin. Da. Das Baby ist weg. Das Klo-Licht ist also gleich das Stuben-Licht. Wer kennt's nicht? Wer kennt es nicht, ja. Ah, ja, Bro. Hier. Hol dir deine Windel selber, du kleiner Hosenscheißer. Na gut, dann ab ins Bett mit dir. Ich hab gesagt, du sollst ins Bett gehen. Los jetzt. Harry, ins Bett rein. Harry, geh ins Bett jetzt. Mann, du. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. Oh, Mann, das Baby. Wow. Wer ist er da oben gewesen? Hallo. Easy, Leute. Easy. Digga, das läuft ja richtig, das Game. Geil. Oh, kleines Baby. Wir gehen mal gucken, wo der kleine Racker ist. Die Tür geht auf. Das ist gruselig. Wir schauen mal, wo ist das Baby hin? Hallo, kleines Baby. Hey, wie kommst du denn aus dem Bett? Och, Mensch. Was guckst du so blöd? Sehe ich so aus, hätte ich dafür Verständnis, dass du aus dem Bett krabbelst. Du Arschgesicht. So, komm mit. Dafür fällst du jetzt einmal schön vorm Schrank, Junge. Das sag ich dir. Und tschüss. Tut mir echt leid, Bro. Ich bring dich wieder ins Bett. Na, komm. Also, rein in die alte Mühle. Ich mach mal das Licht aus. Und du hältst die Fresse, ist das klar, du kleiner Huren? Also, ich leg mich wieder hin. Ich hab echt keinen Bock mehr auf Babysitten heute. Alter, hier liegt ein Schlüssel. Was ist das denn? Ein Schlüssel? Okay. Digga. Wir können den Raum hier anlocken. Holy moly, was ist das denn für ein Room? Hä? Den kennen wir ja noch gar nicht. Ich mach die Tür zu. Ja, hier ist eine Tonbandaufnahme. Ich muss leise sein. Das Kind hat mich gehört. Ich weiß nicht, aber irgendwas stimmt nicht. Was? Es ist ganz komisch, aber dieses Kind hat eine Auge. Hä? Wer redet da? Er hat heute die ganze Zeit an die Decke geschaut. Und was muss das sein in seinem Zimmer? Was ist denn das für eine Tonbandaufnahme? Ich wollte nicht verhoffen. Was ist denn das, Leute? Seriously? Ey, verdammt, ich will nicht, der Baby-Sitten. Hä? Oh Gott, Alter. Stopp, stopp, stopp. Aus den Augen, aus dem Sinn. La 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 la. Harry! It was at this moment that he knew. He fucked up. Sag mal, bist du schon wieder am Fernsehkunde oder was? Komm mal mit, Minion. Du kommst jetzt mal mit. So. Du meinst du grad Fernsehkunde rein mit dir in den Ofen? Ich hab gesagt, rein da jetzt. Wir machen zu. Das war's für dich. Da bleibst du drin bis übermorgen. Und es geht nach Hause. Ja, weil das nicht mein eigenes Kind ist, haben wir natürlich jetzt das Problem. Scheiße ist das so. Scheiße. Ja, was soll denn das jetzt? Harry? Harry Potter? Ey, Kleiner, komm doch mal da raus aus dem Tisch. Hallo. Oh, um Gottes Willen. Was? Was ist denn da gerade los gewesen? Ey, Keule. Was machst du denn da? Okay. Bruder. Okay, Leute. Wir setzen ihn mal wieder rein in seinen Stuhl. Pass mal auf. Oh, guck mal, wie traurig der jetzt guckt. Ja, ich kann da ja auch nichts dafür, dass du hier deinen Kopf durch den Tisch zauberst. Mann, du. Ja, wir ziehen dir mal die Windel an. Komm. Alles klar. Wir bringen das Baby zu Bett. Harry? Sag mal. Ich hab gesagt, du sollst nicht mit dem Teufel spielen. Ja, da lachst du noch, ne? Lachst du immer noch, du kleiner Scheiß? Was ist da denn passiert? Also, rein in den Kühlschrank. Auf. Ja, das sieht doch bequem aus. Und jetzt? Alles gut. Haha. Sag mal. Willst du mich verarschen oder was? Ja, der hat sich anscheinend schon an den Kühlschrank gewöhnt. Leute, falls ihr auch mal Bock habt, das Baby vom Schrank fallen zu lassen, dann holt euch jetzt am besten die Android-Version für The Baby in Yellow. Ach, Mensch. Ja, ich weiß. Du wirst bald ganz doll verprügelt von meinen Followern, ne? Ich leg dich mal ins Bett. Dann kannst du dich nochmal ausruhen. Leute, Link für die App ist auf Instagram. Schaut gerne auf dem Profil vorbei. Oh, nee, Alter. Da komm ich hier rein. Und dann ist die Pissplöre am Plären, du. Das kann nicht sein, ne? Ich will doch einfach nur mal in Ruhe, wie jeder andere Babysitter, auf die Couch gehen. So, halt's Maul jetzt, Junge. Nee, und das ist auch nicht witzig. Beim nächsten Mal hab ich dir so einen Wörfel an den Kopf. Mann. Oh, Junge. Der Puff, der stinkt hier so, Alter. Warum ist der Puff hier so am Stinken? Harry, Mann, du stinkst. Harry, du stinkst, Alter. Rein in den Ofen mit dir. Ja, ich sag mal so. Ich mach jetzt an da den Aal, ne? Ja, da brauchst du jetzt auch nicht heulen, wenn ich den Aal jetzt anmach. Nee. Guck mal, wie das eigentlich... Dinger, wie sieht denn das hier aus? Da hast du selber Schuld. Papa kann nicht. Wir bringen das Kind mal zum Wickeltisch. So, rauf da jetzt mit dir. Ich hab gesagt, rauf da jetzt. Ja, ist okay. Komm, setz dich hin. Also. Jo. Harry, ich hab zu dir gesagt, nein. Heute kein Teufel spielen. Warum ist denn hier alles so rot jetzt? So, Harry. Ich bete jetzt für dich. Vater, unser, im, äh, Garten. Geheiligt werde dein, äh, Auge. Dein, äh, ach egal. Komm, und tschüss. Ja, das ist nicht so geil, wenn man den Teufel in seinem Körper hat. Stimmt's? Wir gehen hoch. Let's go, Leute. Mach das Licht an! Sag mal. Ja. Also, ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unbequem hier, ne? Sag mal. Kannst du mal aufhören? Sag mal, kannst du mal aufhören jetzt? Lass das Licht an. Sag mal. Harry, lass das Licht jetzt an. Das war's. Das war's. Mit einer weiteren Folge von The Baby in Yellow. Und falls ihr die Android-Version wollt, Leute, denkt dran. Ich habe den Download-Link schön auf mein Instagram-Profil reingedonnert. Schaut da gerne vorbei. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Lasst auf jeden Fall noch ein Like da. Schallert mir ein Abo rein. Und checkt vielleicht die anderen beiden Baby-Dellow-Videos noch aus. Ich wünsche euch was. Kuss, kuss. Deno out.